Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Diesmal wieder mit Portal Cake und das erste Mal mit der Deutschlandflagge. Ob das jetzt so gut ist, wir werden es sehen. Damit alle direkt wissen, ey, der ist deutsch, der kann das gar nicht. Vielleicht wird es genau so sein. Oder vielleicht bin ich so, wie Deutschland in Turniermannschaft ist, hier im Spiel wichtig. Da bin ich dann voll gut dabei. Ich habe noch Klöse von gestern, die werde ich gleich braten. Gebratene Klöse ist sehr lecker. Wir spielen wieder Standard, das ist sehr gut. Das finde ich gut. Wen haben wir dabei? Kim, Jackie Chan, Daniel T., Cyberfreets, Kenny Duber und Marco B. Chan. Jackie Chan und Marco B. Chan. Wir haben Marco B. Chan und Kenny Dubia dabei. Der fährt auch mal ein Portal Cake, der Kenny Duber, das finde ich gut. Tor! Das ging schnell. Aber es war eher ein Eigentor, oder? Oder war der jetzt von der Bande ins Tor gesprungen? Ne, da, ah, Eigentor. Okay. Nach fünf Sekunden finde ich sehr gut. So kann es weitergehen. Aber ich weiß nicht, wo vorne, hinten, wenn so ist. Der war nicht so gut. Der, erst recht nicht. Cyberfreet. Da, was macht der da? Warum legt der den da vor? Der King Jackie Chan. Ach, das war ja von dem her. Natürlich legt der den vor. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Geht der rein? Nein! Hätte ich den getroffen, wäre der vielleicht reingegangen. Aber ich traf nicht. Ah! Diesen Raketensprung, das muss ich irgendwie nochmal im Tutorial gucken, wie das geht. Ich dachte, es wäre springen und dann dabei die Raketentaste drücken. Boah, zum Glück hüpfen die anderen auch vorbei. Hätte ich mich schon wieder... Oh! Hätte ich mich schon wieder ärgern können. Und dann kein Tor mehr geschossen. Ah, falsche Taste. Wollte ich eigentlich boosten und nicht hüpfen. Dem wollte ich eigentlich treffen und nicht vorbeifahren. Glaub ich aber wahr. Da wollte ich auch schon wieder boosten. Was ist denn los? Warum dritte ich denn jetzt auf einmal die falschen Tasten? Der hüpft noch rein. Nein! Sehr gut. Ich dachte, der nimmt den. Wollte ich jetzt auf einmal die falschen Tasten gehen. Nicer Typ. Nicer Typ. Da nimmt er Anlauf und dann mit Rocket-Geschwindigkeit haut er den da rein. Sehr gut. Ja! Wir haben wieder ein Tor gemacht! Wir haben mal wieder ein Tor gemacht! Da hat man ganz knapp so angeditscht mit der Stoßstange. Langer Zeit mal wieder ein Tor. Waaaa! Ich dachte, ich bleibe hinten, aber das waren alle hinten. Und caes H bater? 08... pol Baek mal wieder ein Tor. 25. 20. 20. 10. 20. 20. 20. 21. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lang, lang ist es her Alles am Portal Cake, glaube ich Raus damit! Nice! Ah, Hula Girl! Ich bin bereit für ein weiteres Spiel Marco Bichan, komm, bleib dabei! Ja, er bleibt dabei! Bitte in meinem Team! Bitte in meinem Team! Marco Bichan, ich brauche dich! Marco Bichan ist bei mir! Sehr gut! Ich warte auf einen anderen Ball Also, äh, auf einen anderen Ball Ich möchte diesen Ball nicht spielen Ich warte auf einen anderen Ball Ich meine eigentlich auf den zweiten Ball Den ich dann Krieg oder nicht krieg? Ich weiß Den auf jeden Fall nicht Wie der die Bälle immer kriegt Das ist so Wahnsinn Nice! Kenny Dubia! Sehr gut! Guter Schuss, man! Marco Bichan spielt ja ein bisschen mit Bande Und dann kommt er angerasen Pum! Nice! 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 Nein, ich lege in die falsche Richtung vor. Aber da kommt Makubi-chan und bügelt es wieder aus. So bist du halt. Der Cyber-Freed. Das war ein Eigentor von Kenny. Kenny. Das war Knappi-Carotti. Das war Knappi-Carotti. Das war Knappi-Carotti. Das war Knappi-Carotti. Null aus Turbo. Aber hier haue ich die Paraden raus wie sonst was. Nein, da nicht mehr. Ah gut, dagegen geht es vorbei. Ah, da ist er abgeblockt. Oh nein, nur noch eine Minute. Scheiße. Portal Cake, verlass mich nicht. Marco-Chan-Dings da. Ah. Keiner geht zum Ball oder noch. Ist doch nicht alle verloren, wenn wir jetzt noch ein Türchen machen. Dann ist es noch möglich hier in die Nachspielzeit zu kommen. Aber dazu müssen wir halt ein Türchen machen. Das war es. Das war es. Schade. Schade, 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 schade Schokolade. Schade. Gut. Das war es mit Rock League. Ich muss jetzt was essen. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ich werde nicht besser. Bis dahin. Macht's gut. Tschüsschen. 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 Tschüsschen.